hallo und herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir vor euch die flash box von fünf sterne deluxe alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und im boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album zur box und hat uns findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung flash von fünf sterne deluxe wir haben hier einen aufkleber auf der folie die folie ab mache und hier ist aufgelistet was uns in der box alles erwartet also wir haben ein album also eine album cd inklusive 3d booklet eine instrumental cd eine bonus dvd behind the flash flash eine von fünf pimmels schlüssel anhängern ein 3d t shirt in der größe l eine 3d brille sticker set und wechsel cover cards okay einiges an inhalt wir machen zahlen erst mal die folie ab und uns das ganze im detail dann anzuschauen im jahr 2000 ist das letzte release von fünf sterne deluxe rausgekommen das letzte album also 17 jahre mussten fans musste deutschland darauf warten wir haben hier eine relativ flache box quadratische form fünf sterne deluxe lesen wir hier oben links mac rechts oben flash und wir sehen eine hand mit einem blitz abgeschnittenen arm mit einem blitz und ja das ganze erinnert schon sehr stark an diese 3d optik hier mit diesem rot grün also müssen wir uns dann anschauen mit der 3d brille wie das ganze aussieht und hier unten schwer zu sehen aber hier werden aufkleber einen fsk 16 aufkleber den wir natürlich nachdem es nur ein sticker ist gut runter machen können schauen wir gleich mal jawohl sauber auf jeden fall besser als wenn das ganze aufgedruckt ist gut die box an sich wie gesagt relativ flach gehalten flash fünf sterne deluxe lesen wir rechts oben blank schwarz links noch mal flash fünf stände deluxe und auf der rückseite haben wir die tracklist des albums 20 stück und hier noch mal im boxen halt aufgelistet einen barcode und die credits ok bevor wir zur tracklist kommen schauen wir erstmal hinein und werden die tracklist dann beim album ansehen so deckel ebenfalls schwarz innen dann haben wir das album das 3d t shirt das dürfte dann wohl das sticker set sein einen einleger zur info der fsk kennzeichnungen den werde ich mal wegwerfen dann haben wir hier die dvd die instrumentals zum album die 3d brille und eine von diesen pimmels figuren ok box machen wir wieder zu und nachdem hier wirklich alles bis auf das sticker paket in plastik eingeschweißt ist also wirklich alles werden wir das ganze mal eins nach dem anderen öffnen und damit wir dann nicht immer unterbrechen müssen direkt mal alle hintereinander öffnen und dann eben die einzelnen inhalte ansehen so einmal instrumentals dann haben wir natürlich noch die dvd so dann das album an sich wenn es dann auch mal aus der folie gehen würde machen einfach hier auch noch mal einen schnitt so t shirt können wir auch gleich auspacken also ihr seht jede menge plastik hier am start diese figur ja egal das lasse ich jetzt noch ok wie immer fangen wir an mit dem album an sich so sieht das ganze aus fünf sterne deluxe das cover kennen wir bereits von der box allerdings hier nicht in dieser 3d optik sondern regulär und auf der rückseite haben wir die tracks 20 stück an der zahl und mein favorit des albums nach dem ersten mal durchhören ist track nummer eins flash wir haben hier keine features wie wir sehen also das album also zumindest was den was den rap betrifft sind nur das bo und tobi topson die beiden künstler die hinter fünf sterne deluxe stehen wobei man sagen muss dass es eigentlich ja mehrere leute noch involviert nämlich beklet will nicht so ganz den produzenten dj coolmann unter anderem beklet immer eine herausforderung so aber jetzt bevor wir zum booklet konnten haben wir hier vorgefunden eine info du willst den flash des 3d booklets erleben und hast keine 3d brille dann schicke uns eine e mail ok alles klar das heißt weiß ich nicht ob das jetzt generell ja ich denke mal es wird so gedacht sein dass vielleicht bei manchen es sein könnte dass keine brille dabei ist auf jeden fall spannender einleger ja und dann haben wir hier das booklet in dieser 3d optik also die grafiken die fotos und dann haben wir hier die einzelnen tracks abgetippt die ganzen texte und natürlich noch weitere fotos und grafiken ich bin schon fan davon also ich finde es immer gut wenn wenn die texte abgedruckt sind kann man gut mitlesen nachlesen mit rappen wie auch immer finde ich echt echt schön gemacht dann hier in der mitte fünf sterne deluxe weitere texte weitere grafiken also ihr seht schon ein sehr dickes booklet sehr viel inhalt darin sowohl was die fotos betrifft als auch was die texte betrifft sehr unvergleich das ganze und hier noch die credits alles klar so booklet kommt wieder rein diesen einleger werde ich jetzt mal draußen lassen für den habe ich keine verwendung mehr und dann haben wir hier relativ streng das album fünf sterne deluxe in silber und schwarz gehalten so sieht das ganze aus hier weiter so wie auch rückseite des booklets diese blitze diese flashs flashs gutes wort dann haben wir die dvd fünf sterne deluxe behind the flash flash dvd lesen wir hier auch hier wieder das cover in dieser 3d optik gehalten und hier auf der rückseite haben wir keine info darüber was sich auf dieser dvd befindet sondern wir sehen hier einfach ein regal mit vielen dvds so sieht die dvd aus der 16er behind the flash flash und das ganze in einer pubhülle dann haben wir die album instrumentals hier fehlt der flash hier haben wir nur die faust ohne inhalt 15 tracks warum weil es natürlich skits und dieses dieses outro da gibt wie zb endrille also da hört man nur wie wie quasi eine eine vinyl leer gespielt ist dann am ende deswegen die differenz von album tracks und instrumental tracks dann haben wir diesen anhänger hier schlüssel anhänger was steht hier warner music group germany holding gmbh hamburg alles klar und wenn ich es richtig verstanden habe gab es den schlüssel anhänger in fünf verschiedenen ausführungen das heißt es ist natürlich dem zufall überlassen welche von diesen figuren ihr bei euch vorfindet ich habe jetzt diesen ja pimmel oder wie die genannt wurden mit afro flash in der frisur ja also ich muss ehrlich sagen das ding ist so potthässlich dass ich es niemals und ja niemals an meinen schlüsselbund anhängen würde aber ja also hier die hände beziehungsweise die arme sollen wohl der hotensack sein nehme ich mal an ja sehr eigenwillig fühlt sich aber auf jeden fall gut an also ist stabiles gummi oder kunststoff und wem das nicht so blöd ist oder wer sich an sowas erfreut kann das natürlich dann gerne an seinen schlüsselbund anhängen dann haben wir hier diese 3d brille ich würde euch die natürlich jetzt gerne selbst aufsetzen damit ihr nochmal das album oder die ganzen sachen ansehen könnt mit der kamera funktioniert das ja leider nicht so wirklich also das ist diese ja aber wir sehen natürlich nicht beide gleichzeitig ja da müssten wir dann wie auch immer vielleicht beide überlagern auf jeden fall haben wir hier eine 3d brille sehr sehr billig ihr kennt das vielleicht aus den kinos 5 sterne deluxe so aus Papier eben 5 sterne deluxe lesen wir hier innen komplett weiß und eben außen diese schwarz gelbe optik diese blitze dann haben wir bevor wir zum t-shirt kommen noch das sticker paket das werden wir auch mal ganz kurz aufreißen so also wir haben kleine quadratische sticker die sehen so aus hier ein ein arm ein flash arm der quasi über den wolken ist so ein bisschen zeus mäßig 5 sterne deluxe in schwarz und silber gehalten dann noch mal das album cover inklusive schriftzug und logo ein pferd wo hier mehr oder weniger ein ein horn ein arm aus der stirn wächst und hier noch mal der flash arm der aus dem hundenapf kommt also diese ebenso kleine quadratische sticker hier und dann haben wir auch noch diese karten die man eventuell als als wende cover verwenden könnte stand ja auf der verpackung einmal eine katze mit flash hinten geflasht dann hier so ein matrosen passend zu hamburg und hinten immer der verweis wer das designt haben dürfte so sieht das aus also ihr könnt euch natürlich dann für eines dieser motive entscheiden und das in euer album rein machen als alternativ cover ich muss ehrlich sagen das gefällt mir fast am besten sieht richtig geil aus hier mit den palmen und der sonne und dann haben wir als letzten bestandteil der box noch das t shirt schauen wir gleich mal es ist tatsächlich vom druck her von der optik ein 3d motiv 5 sterne deluxe lesen wir hier auf der brust diese 5 sterne ansonsten kein aufdruck kein backprint oder mac print und wir haben hier leider nur die info größe l sonst nichts jetzt schauen wir noch mal kurz ob sich vielleicht hier unten noch ein zettelchen versteckt wo wir hier irgendwo jawohl hier haben wir noch ein etikett sehr schön so was lesen wir hier ein continental shirt hat responsibly sourced for brands who care sehr schön also kein 0815 fruit of the loom oder gilden continental clothing fairwear foundation ok sehr gut 100% baumwolle und das ganze ist made in bangladesh bangladesh schauen wir uns mal kurz an wie das ganze getragen aussieht und so sieht das ganze dann getragen aus also wir haben das weiße shirt und hier im brustbereich dieser 5 sterne und darunter den schriftzug 5 sterne deluxe in dieser türkis rot optik gehalten das ganze eben wirklich so als 3d druck angelegt und ja habe ich bei einem t-shirt ehrlich gesagt noch nie gesehen deswegen kann ich da keine erfahrungswerte oder irgendwas mit euch teilen aber es ist von der optik schon was besonderes auch wenn natürlich kein mensch jetzt irgendwie mit der 3d brille draußen herumläuft aber mir gefällt und es ist echt mal eine gelungene idee finde ich also es ist echt mal was anderes und das kann man gut tragen und zum abschluss fassen wir noch einmal zusammen was sich alles in der box befindet einmal das eben gezeigte t-shirt in der größe L dann diese wende cover diese karten hier sechs stück an der zahl quadratisch so aus karton sind die dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 kleine quadratische sticker diese 3d brille die instrumentals zum album in der papphülle die dvd behind the flash flash in der papphülle ebenfalls diesen schlüsselanhänger diesen ja pimmel und dann haben wir noch das album an sich flash im normalen jewel case das alles in dieser wunderbaren box 5 sterne deluxe flash mich würde natürlich interessieren was ihr von dem album beziehungsweise der box haltet schreibt es mir in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr 5 sterne deluxe unterstützen möchtet findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao ciao